Ahoi Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Zottelzockt, ich bin Zottel und heute gibt's im weiteren Lost Ark Guide. Heute quatschen wir über eine Quest-Reihe, die euch 4.280 Gold gibt und darüber hinaus eine Menge nützlicher Kampf-Items. Falls ihr nicht wisst, was Kampf-Items sind, für die Leute, die gerade frisch angefangen sind, das sind solche Geschichten wie diese ganzen wunderschönen Granaten hier, die ihr regelmäßig für Raids und solche Geschichten braucht. L-Heilmittel, hier diese Zeit-Friertränke und so weiter und so fort, also eine Menge cooler Zeug plus halt diese 4.280 Gold. Und die Quest-Reihe geht noch weiter mit neu dazukommenden Wächter-Raids. Die Quest-Reihe startet ihr hier und zwar Burg der Königin bei Avele. Und zwar nennt sich die Quest Findet den Wächter oder Findet die Wächter, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das Ding hieß. Geht dann nachher weiter in Rania-Rode und zwar hier in der Abenteurer-Gilde bei Annabelle. Und diese schickt uns im Prinzip durch alle möglichen Gebiete, in denen diese Wächter-Raids stattfinden. Es gibt, glaube ich, jetzt 4 Karten, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 4 verschiedene Karten für diese Wächter-Raids. Und im Prinzip laufen wir jeden einzelnen Wächter-Raid ab, haben dann im Prinzip eine Quest, die uns dann halt zu dem Areal hinschickt, wo diese Wächter-Raids eigentlich sind. Das sind 3 verschiedene Inseln und ein Teil, was in Aretine ist. Und im Prinzip laufen wir diese Wächter-Raids ab, gehen halt zu ihrer Umgebung im Prinzip, wo diese Kämpfe stattfinden. Dann werden wir wieder zurückgeschickt zur Stadt, damit wir hier an diesem Wächter-Raids-Board im Prinzip diesen Wächter-Raids machen können. Den beenden wir, geben die Quest ab. Das funktioniert dann ganz normal hier, steht dann abgeschlossene Quest, klickt hier drauf, bumm, abgeschlossen. So, dann müsst ihr aber wieder zur nächsten Stelle hin und das ist da, wo die meisten Leute dann anfangen, diese Quest-Reihe aus den Augen zu verlieren. Ist aber ganz einfach, falls ihr nicht wisst, wo eure Quest-Reihe oder wo ihr zuletzt gequestet habt. Ihr könnt halt gucken, so welchen Wächter-Raids habe ich als letztes gemacht und guckt dann, wo das nächste Gebiet ist im Prinzip. Zum Beispiel Lumeros wäre jetzt im Nebelkamm, Eislegeros ist dann im Frosthafen, genau so nennt sich das Wert aus dem Frosthafen. Chromanium ist Trockenfahrt. So, jetzt zeige ich euch nochmal ganz flott auf der Karte, wo die einzelnen Dinger sind, damit ihr nicht ewig lange suchen müsst. Manche sind nämlich so ein bisschen versteckt, würde ich mal behaupten. Nebelkamm ist hier, da ist zum Beispiel auch Dunkellegeros und solche netten Kerle. Dann gibt es hier Trockengebiete der Wehmut, ist hier oben über Westluterra. Das ist dann, wo Nacrasena zum Beispiel ist oder hier diese fette Schildkröte, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Genau, Chromanium. Dann gibt es noch das Feuer-Gedings, das ist hier bei Rohhändel unten. Genau, blutrotes Ödland. Das sind halt solche Sachen wie Feuerfuchs-Joho, Lava-Chromanium. Ich bin gerade am überlegen, was da noch ist. Helgaia ist da zum Beispiel. Und im Prinzip fahrt ihr dann zu diesen Inseln wirklich hin. Da steht eine nette Dame, mit der quatscht ihr und ihr habt dann halt eine Quest, müsst ein paar Sachen auf dieser Ebene im Prinzip suchen. Und kommt dann nach und nach wieder zurück zu dem nächsten Wächterbrett, egal ob Vern oder Schlag mich tot. Und ja, da geht es dann weiter. Eine kleine Sache noch, die habe ich nämlich verzweifelt gesucht. Die Rot-Sand-Wüste ist tatsächlich das einzige Gebiet, was keine Insel ist. Und zwar ist das in Aretine oder Avetin oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und zwar kommt ihr hier über die Riesafelle hier in die Rot-Sand-Wüste. Und das ist zum Beispiel, wo O'Neill ist, wo der gepanzelte Nagrazena später ist. Und ja, wie bereits gesagt, das Ding schickt euch wirklich durch jeden einzelnen Wächter-Raid. Und tatsächlich auch durch die kommenden Wächter-Rades, wie jetzt zum Beispiel Descaluda, der eventuell im Mai kommen soll. Und das war es auch schon. Das Ganze gibt euch, wie gesagt, einen Shit-Ton an Kampf-Items, die ihr benutzen könnt. Und 4.280 Gold plus das, was in Zukunft halt dazu kommt. Wie gesagt, das ist ein super safer Weg, um Gold zu machen. Und 4.280 Gold sind momentan extrem viel wert, dadurch, dass die Preise alle gefallen sind und solche Geschichten. Ja, es ist langwierig, aber einfach. Also, wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert, schreibt ein nettes Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Helft mir ein bisschen zu wachsen. Würde mich mega freuen. Ich bedanke mich fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Guide, Leute. Haut rein!